hallo hier ist der martin von mannemannkiesters die daxian-dienstag den 16.01.2024 und unsere mietekatze ist ans jahreshoch ran gesprungen oder was heißt ans jahreshoch das ist verkehrt ans jahres plus ran gesprungen dort aber heftig abgebreitet hat keinen halt gefunden und ist in die tiefe gefallen also wir waren dran an der 800 sind dort reingekommen die version die die ganze zeit immer wieder abverkauft wird und das darf man eben auch nicht vergessen den jahresauftakt halten also die die jahreseröffnung ist es genau da wo es jetzt hier immer wieder abstößt oder wo es auch vorher immer gehabert hat und der dax wird aktuell noch gezielt jahresminus gehalten die versuchen hier auf teufel komm raus die ersten wochen im minus rausgehen da zu lassen und so hat es ihnen jetzt am montag hier auch wieder abverkauft aber jetzt muss man hier eines auch richtig in die wertung bringen denn das haben wir ja gestern auch gemacht wir haben gestern gesagt die aufwärtsbewegung war zu träge die war zu langsam und sah eher schwächlich aus ich habe gesagt das würde mich jetzt nicht stören wenn der einfach weiter hochklick hat also ihr habt es auch bestimmt richtig raus gehört ich habe schon im auge gehabt dass der auch locker montag dienstag hier über 820 drüber kann er wird aber wieder noch entschuldigung wieder nur an sein 800 820 hier weg verkauft ja und in der ausprägung ist das allerdings nun relativ dürftig wenn ich das mit da vergleiche oder mit hier vergleiche nun könnte man sagen gut hier war geringes volumen dann hat jetzt volumen zugenommen aber hier mit us feiertag im nacken war halt das volumen ist auch nicht unbedingt breit also man hätte schon die möglichkeit gehabt ihm ähnlich wie jetzt hier an so einem jahrhaus auftakt deutlich länger auch lang zu schicken oder oder breiter auszustellen das haben wir im dax insbesondere wenn die amerikaner feiertag haben ja schon öfter auch mal gesehen entweder macht richtig strecke einfach weil diese volumen leere genutzt wird um mal den markt so ein bisschen richtig zu manipulieren oder wird halt einfach seitwärts stehen gelassen und er hat aber schon pfeffer drauf gehabt also der hat ein paar punkte zurückgelegt jetzt hier von 800 runter auf die 600 sind 200 punkte gewesen das schon also ganz ohne ist es auch nicht ja das mehr wie man manche anderen regulären tag gesehen haben deswegen würde ich den feiertag hier gar nicht so so nach vorne schieben aber man sollte eben auch zur kenntnis nehmen die amerikaner waren halt auch nicht mit dabei das heißt sie können das jetzt in dieser auch anders sehen wie das was hier passiert ist und da wir ja hier eben deutlich kleiner sind von der amplitude wie hier oder von der bewegungsspanne würde ich jetzt fast eigentlich schon davon ausgehen haben wir auch so heute in der update geschrieben dass es bestimmt einfach wieder hochrampelt ne das ist ja einfach bestimmt wieder hier in richtung 670 700 wieder hoch marschiert und vielleicht wird es ein kleines dreieck hier mal gucken müsste ja zum dienst dann auch richtig fahrt rausnehmen und läuft einfach wieder hier hochhangelt sich das stück für stück oben an den channel ja und dann dann kommt die kante langsam dahin ich glaube der martin war es im webinar am wochenende da hatte ich da hat man auch über diesen channel gesprochen und wann denn der irgendwann mal brechen wird und da hat er gesagt ja martin du sagst wenn er dann bei 900 bei 15 bei 16 900 bricht dann blablabla das was wir im webinar besprochen haben will ich jetzt nicht viel zu nichts keine insider informationen rausgeben ja dabei hatte gefragt warum sagst du bei 16 900 der channel ist doch gar nicht bei 16 900 der ist doch jetzt bei 16 950 das war freitag 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 hier war freitag hier haben wir ein webinar gehabt also am wochenende dann und da stand er noch bei 960 da habe ich erklärt dass so ein channel eigentlich immer wieder eine ähnliche art und weise hat zu brechen und das ist hier typisch wäre wenn er bricht wenn der dann so im bereich um 16 900 wird ja und das das kommt jetzt so langsam dann auch hin ja also wenn der sich einfach wieder hochhangelt spreche überhaupt nichts dagegen dass er an den oberen channel kann ran geht und ausbricht auch wenn euch das langsam träge und viele haben dann so diesen gedanken im kopf hat also viel zu langsam der kann ja gar nicht der ist ja nicht stark der steigt viel zu langsam viel zu träge aber das ist dann druckstoß der fängt dann hinten raus an feuer zu machen der schlängelt sich hier so ganz heimlich raus drückt sich vielleicht ein neues jahr so rein und man denkt sich auch gott du armer typ es soll ich dir irgendwie die krücke reichen weil das so schwach aussehen wird und dann fängt er hinten auch seinen gas zu geben da muss man immer aufpassen gerade in bullischen bewegungsphasen und noch sind wir in der bullischen flagge das hat man gestern schon wir haben bärische möglichkeiten wir haben auch die möglichkeit einer trend umkehr auf übergeordneten ebene aber wenn er die nicht nutzt wenn er die einfach nicht nutzt und einfach nicht umkippt und fällt wie so ein stein er bist ja nicht mal wie ein steinfaller müsste halt den channel nach unten auflösen müsste ein paar sachen einfach umklicken da verweigert das ja momentan ja auch wenn sowas natürlich wieder hilft das ein bisschen ins spiel zu bringen aber das reicht nicht das reicht nicht ja ist unter 660 gegangen wir haben gesagt unter 660 kann er zu 600 dann kann er wieder zur kante bei 65 der muss auch wirklich drunter dann sich einmal von unten an der kante abstoßen das was hier nicht geschafft hat und dann lang klutz machen richtung 330 richtung 260 und das ist schon fast wieder zu langsam hier gucken wir jetzt mal aus dem kästchen fast wieder raus na also von daher mich würde es nicht wundern wenn er einfach wieder nach oben zurück hampelt da sticht er uns hier einmal noch mal kurz drunter ich mache da sogar so ein channel komplett dann könnte hier auf die 500 einmal ums ne also wenn er das von hier nach hier von hier nach hier nach da unten am dienstag passt da vielleicht ein bisschen auf ja bereich 5550 500 sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen wenn er jetzt am dienstag auch nach unten startet dann könnte der früh auf eine 500 hacken was ist das hier ein bisschen tiefer sogar 490 480 ja 500 480 hacken und dann wie ein dummer wieder nach oben rennen aber war ich glaube ich sehe den schon fast eher wieder an der 700 rumspielen am dienstag wie so ein kind was nicht von der mutti wegkommt ja soweit meine gedanken dazu wie gesagt das haben wir gestern schon besprochen unterhalb ich wäre gerne bereit ihm mehr short chancen einzuräumen aber muss liefern und solange eine bullischen bullischen flacke drin sitzt fehlt mir die argumentationslage um hier zu sagen go 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 short 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 kann ich noch nicht ja und in die trompeten polassen kann ja auch noch nicht wie wild dafür muss aus dem seitwurtsmuster erst wieder raushalten wir machen hierzu das aus fixanalyse ist noch nicht fertig kommt auch heute nicht mehr das habe ich jetzt nicht mehr probiert morgen zu machen am dienstag probiert es reinzustellen ja dann sind wir wahrscheinlich wie letztes jahr letztes jahr war es schon 17 kriegt man hin kommt auf jeden fall jetzt die nächsten ein zwei tage ich wollte es eigentlich gestern noch fertig machen dann hat mich mein laptop im stich geladen gelassen wollte einfach nicht mehr akku laden einfach nichts mehr akku leer und auf dem stück ladegerät rein ging nichts mehr und dann habe ich mich ein paar paar minuten mit rumgeärgert ich würde nicht sagen ein paar stunden sein lassen und ich probiere es jetzt morgen noch mal also am dienstag und einer worst case kommt am mittwoch wird aber hier auch auf dem kanal eingestellt das heißt wenn ihr hier kanal abonniert habt bekommt ihr auf jeden fall eine nachricht darüber wenn ihr bloß die videos von der mokanalyse bei worldstreet online oder wo auch immer das auch mit eingebunden wird von anderen nur dort die videos schaut kriegt ihr keine benachrichtigung also müsstet wirklich auf youtube dann das abonnieren dass er dann da eine benachrichtigung kriegt oder bei uns auf der website gucken das könnte auch funktionieren aber ich glaube wenn ihr nicht da muss ich mal gucken ich glaube man sieht jahresausfliegsanalyse nur aus dem premium bereich dann weil man als kostenloser nutzer bei uns was die morgenanalyse sieht ja ist so ich kann ja immer mal den link in den chat stellen die nächsten tage kriegen wir schon irgendwie hin ja wenn nicht schreibt uns einfach kann ich auch per link schicken die ist auf jeden fall für alle ja ja auch aus ich wünsche euch was wir uns morgen wieder bis dahin tschüss